Sicheres Südtirol Versicherungstipps für den Alltag in Zusammenarbeit mit der Tiroler Versicherung Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen, viele Autofahrer setzen sich mit Flipflops oder gar barfuß hinters Steuer. Das Unfallrisiko steigt, was gilt es zu beachten? Dass man unterscheiden muss zwischen der Kfz-Haftpflichtversicherung und der Kaskoversicherung. Die Haftpflichtversicherung würde immer zahlen, wenn ein Schaden entsteht, der zusammenhängt mit den Flipflops. Weil die Haftpflichtversicherung ist dafür da, dass der Dritte geschützt wird, also das Opfer des Unfalls. Bei der Kaskoversicherung schaut es etwas anders aus, weil wir uns unter Umständen mit solchem Schuhwerk im Bereich der groben Fahrlässigkeit bewegen. Und deshalb sollte der Kunde darauf achten, in seiner Polizei zu schauen, ob die grobe Fahrlässigkeit auch wirklich mitversichert ist. Entschädigungen werden, wenn es sich nicht um grobe Fahrlässigkeit handelt, bezahlt. Die Tiroler Versicherung empfiehlt trotzdem das Tragen von sicheren und geeigneten Schuhen beim Autofahren, um das Unfallrisiko zu minimieren. Die Tiroler Versicherung 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 Vielen Dank.